X Eierleute was geht Battlefield 3 am Arsch Battlefield Hardline am Start genau Battlefield 3 Online Modus Überfall auf der Map keine Ahnung ist mir aber auch scheißegal äh ja meine Waffe ist verbronzt also nicht meine Waffe sondern die von meinem großen Bruder er lässt mich zocken das ist das oh leo das ist ein Let's Play von mir aber äh auf seinem Name und ja ja ich will nicht lange rumquatschen also nächste Runde geht's dann richtig los bei der nächsten Map dann ähm ja wir sehen uns dann bei der nächsten Runde dann wenn es dann so richtig mal los geht äh ja dann tschau und bis gleich bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020